Musik Leben im Reich Gottes. Was bedeutet das eigentlich, im Reich Gottes zu leben? Was bedeutet überhaupt das Reich Gottes für uns? Und da möchte ich mit euch heute drüber nachdenken. Und zunächst mal, ich habe vor einiger Zeit einen Bericht gelesen. Da hat ein geistlicher Leiter irgendwie mit so Sport-Coach-Spezialisten irgendwas zu tun gehabt und mit denen sich unterhalten und da hat er eine interessante Wahrheit rausgekriegt. Nämlich, wenn zwei Mannschaften gegeneinander antreten, versuchen die sich im Vorfeld irgendwie natürlich negativ zu beeinflussen, den anderen jeweils. Und da gibt es zwei ganz strategische, übliche Maßnahmen. Das eine ist, du musst dem Gegner Angst einjagen. Also das ist dann mitunter ein bisschen erheiternd, wenn man sieht, wie amerikanische Rugby-Mannschaften sich da mit so einem fast lächerlichen Drohgebärde dann benehmen. Aber das ist einfach, um dem Gegner irgendwie Angst einzujagen. Grundsätzlich ist Angst einjagen eine super starke Möglichkeit, um eine Mannschaft, die überlegen ist, irgendwie negativ zu beeinflussen. Wenn du merkst, der andere ist stärker, dann versuch ihm Angst einzujagen. Funktioniert oft. Gut, eine andere Methode, die genauso effektiv ist, eigentlich noch viel effektiver, weil mit dem Angst jede Mannschaft weiß, wo sie etwa steht und wo der andere steht. Und weiß schon, dass das ziemlich an Haaren herbeigezogen ist. Aber das andere ist, wenn du dem nicht Angst einjagen kannst, dann ärgere ihn. Ärgere ihn. Wenn du schwächer bist und der andere ist stärker, dann ärgere ihn. Weil, wenn er sich ärgert, ist er schwach. Wenn er sich ärgert, ist er nicht fokussiert. Wenn er sich ärgert, dann ist er irgendwie, ist er auf die falschen Sachen, guckt er. Und das ist genau die Art und Weise, wie der Feind agiert. Auf der einen Seite versucht er, uns Angst einzujagen. Funktioniert manchmal. Aber wenn du im christlichen Leben weiter voranschreitest und vorwärts kommst, dann weißt du schon, wie das mit seinen Schlichen da funktioniert. Aber viel effektiver meistens ist das mit dem Ärgern. Er versucht uns zu ärgern. Er versucht uns zu reizen. Er versucht uns richtig, ja, am besten zu Weißglut zu bringen. Funktioniert bei mir fantastisch. Ich ertappe mich immer dabei, wenn ich dann irgendwie so im Hinterstübchen irgendwelche Diskussionen führe und gerade irgendjemand da versuche beizubringen, wie bekloppt das alles ist. Und dann sage ich, Moment mal, stopp, 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 was passiert hier gerade? Dann merke ich, da hat der Feind mich wieder irgendwie erwischt. Und ich habe mich über irgendetwas furchtbar geärgert, mit dem ich überhaupt nichts zu tun habe manchmal. Geradezu lächerlich. Das ist wie, er wirft dir irgendwas hin und manche Sachen, da ist man irgendwie so gepolt, die pickt man auf. Ja, und es gibt Sachen, da kann man sich drüber ärgern und hinterher sagst du, hey, es hat nichts mit meinem Leben zu tun, es ist im Grunde völlig belanglos. Einmal ein ganz banales Beispiel. Ich konnte mich, wir haben keinen Fernseher, und von daher habe ich mich echt fürchterlich aufgeregt, jedes Mal, wenn ich von dieser reizenden Gebühren-Einzugszentrale, die heute anders heißt, so diesen Schrieb bekam. Der ganze Dach war gelaufen, nur wegen dem Blödsinn. Und ich habe mich richtig geärgert, weil, da sah ich ja gar nicht ein, hatte ich nichts mit zu tun, brauchte ich nicht, wollte ich nicht. Irgendwann hat der Herr zu mir gesagt, pass mal auf, du bezahlst das einfach und bist ganz locker und friedlich. Ja, ich arbeite noch dran. Jesus hat uns ein grandioses Leben gegeben. Ein Leben in Fülle. Völlige Genüge. Mit Sieg, mit Triumph. Heilung, Befreiung, alles was du dir nur vorstellen kannst. Komplette Versorgung. Wir sind gesegnet mit jeder geistigen Segnung in der Himmelswelt. Eingesetzt an Christi statt als Botschafter. Das sind biblische Wahrheiten, die ihr hoffentlich alle kennt. Und wo ihr wahrscheinlich auch alle noch daran arbeitet, dass das im Leben so richtig durchkommt. Also geht mir jedenfalls so. Als ich mich bekehrt habe, vor vielen, vielen Jahrzehnten, damals war ich 17, kleiner Hinweis, das war eine schrille Veranstaltung. Das war in Gießen an der Uni. Ich weiß nicht mehr wann und ich weiß nicht mehr, wo das war und ich weiß nicht mehr, wer da gesprochen hat. Ich weiß nur, dass ich 17 war. Und die haben das schlau gemacht. Das war eine ganz klassische Evangelisationsveranstaltung. Und da haben sie gesagt, so, alle die schon Christen sind und sich jetzt nicht bekehren wollen, die gehen raus. Und die, die sich bekehren wollen, die bleiben einfach sitzen. Das hat natürlich grandios das Trägheitsmoment ausgenutzt, ne? Hat aber funktioniert. Also kurz und gut, ich habe mich dann da sitzend bekehrt. So, Halleluja. Das nur als kleinen Hinweis. Als ich mich also bekehrt hatte, fing ich natürlich an die Bibel zu lesen. Und ich stieß recht bald auf irritierende Aussagen. Und fatalerweise kamen die alle von Jesus selbst. Da fand ich beispielsweise sowas wie, Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Ja, okay. Ja, ja, meine Eltern waren durchaus wohlhabend, hatten Unternehmen. Also war schon schwierig dann. Und da habe ich wirklich dran rumgeknorzelt. Schwierig. Ein Reich in das Reich Gottes hineinkommen. Kleiner Kommentar am Rande. Weltweit gesehen sind wir in Deutschland die absoluten Superreichen. Jeder von uns, wer hier sitzt, gilt unter weltweitem Maßstab als sehr wohlhabend. Schaut, was wir als normalen Standard haben, wird man in den größten Teilen der Welt als Wohlstand sehen. Beispielsweise, mal ganz abgesehen davon, dass du was zu essen hast oder dass du nichts frieren musst und ein Plätzchen hast, wo du schlafen kannst, sind es Sachen wie beispielsweise, du kannst deine Kinder zur Schule schicken. Wenn du krank bist, bist du nicht gerade am Hungertuch oder musst anfangen zu betteln, sondern da gibt es eine Versorgung. Wenn du alt bist, musst du nicht arbeiten, bis du tot umfällst, sondern da gibt es eine Versorgung. Du hast ein Gewissen, Gewissen, Rechtssicherheit. Das sind Dinge, die im größten Teil der Welt als absoluter Wohlstand gesehen werden. Die stehen uns völlig normal zur Verfügung. Ich weiß nicht, wie oft du schon dem Herrn für deine Krankenkasse gedankt hast, aber im Grunde genommen ist das gar nicht schlecht, das zu tun. Weil Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung, Krankenversicherung und so weiter sind Wohlstand weltweit gesehen. Unsere Tochter ist in den USA momentan. Man kann sich gar nicht vorstellen, was das Thema Krankenkasse da für ein Thema ist. Womit die sich beschäftigt und wie bedeutsam das ist. Denkt bei uns gar keiner darüber nach in der Regel. Also Wohlstand. Okay, wir alle im gewissen Sinne sind weltweit gesehen reich. Haben also alle das Problem, dass wir irgendwie durch dieses elende Nadelöhr da unter Umständen durch müssen. Okay, habe ich also nicht verstanden. Dann kam ich, wahrlich ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Okay, das war jetzt nicht ganz so kompliziert. Annimmt wie ein Kind heißt so ein bisschen unbedarft, offen, ohne Hintergedanken. So, ja, reimt man sich das dann zusammen. Okay, also das ging noch. Dann, dachte Jesus, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der größte im Reich der Himmel. Meine Güte, fand ich schwer verdauliche Kost, na gut. Dann habe ich meine Kämpfe mitgehabt. Dann wurde es noch schlimmer. Als ich weitergelesen habe, kam ich dazu, zum Beispiel sowas hier. Ihr wisst, dass welche als Regenten der Nation gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller, aller Sklave sein. Schreck. Ich meine, das liebt man so, ja. Aber meine Ernst, dafür predige ich darüber, habe ich selten gehört. Ist eine Aussage Jesu, steht es in der Bibel, gilt. Ewiges Wort. Hei, hei, hei. Oder Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Da habe ich gesagt, das ist ja unfair, da sind die Intelligenten eindeutig benachteiligt. Arm im Geist. Muss man jetzt irgendwie da so einen auf dümmlich machen? Oder was bedeutet das? Was ist damit eigentlich gemeint? Was heißt das, dass du arm im Geist sein musst, um ins Reich der Himmel zu kommen, oder was? Okay. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz, Kreuz bedeutet Tod, auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Das war nicht auch noch dreister. Man muss, um Jesus nachzufolgen, also völlig quasi in den Tod gehen. Sich selbst verleugnen, sein Kreuz, sein Tod auf sich nehmen. Okay. Also ihr merkt schon, in welche Richtung das mit meinen Problemen damals ging. Dann wurde es noch schlimmer. Ich habe weitergelesen, dann kam, wer sein Leben liebt, verliert es. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Oder fiel ich auf jeden Fall auch durch, denn ich habe mein Leben nicht wirklich gehasst. Gibt es hier jemanden, der sein Leben hasst? Okay. Seien alle durchgefallen. Was bedeutet das? Wenn ich mein Leben liebe, was der Herr mir geschenkt hat, wo er sagt, er liebt mich und alles. Wenn ich das liebe, dann verliere ich es. Ich muss es hassen. What's that? Was meint Jesus eigentlich damit? Oder hier, Matthäus 10. Wer nicht sein Kreuz, also den Tod, aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinet Willen, wird es finden. Oder sehr ähnlich. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinet Willen, wird es finden. Ja Mensch, jeder will sein Leben retten. Das ist das Thema von Evangelisation. Errettung. Ja. Leben retten. Berühmtes evangelistisches Buch, Leben retten, unser aller Auftrag. Ja, das stimmt. Aber wenn du das hier liest, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Da muss ja ganz offensichtlich irgendwas anderes gemeint sein. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Lukas 14. Ich habe diese Bibelstellen also wirklich durchgekaut. Und ehrlich, ich habe jahrelang damit rumgeknorzelt, weil ich das nicht verstanden habe. Und weil es ja wirklich auch andere biblische Aussagen gibt, wo Jesus sagt, im Triumphzug gehen wir mit ihm einher und so weiter. Es gibt ja grandiose Aussagen, wo wir jubeln und uns freuen und dann hier sowas. Mich hat das verwirrt. Wie passt das zu dem Bild, das Jesus uns eigentlich in der Bibel zeigt? In dem Sieg zu leben, den er für uns erreicht und errungen hat. Als Teenager denkst du auch, muss das jetzt so eine Art Mönchtum sein oder Einsiedler oder Selbstkasteiung oder was weiß ich was. Ist das die Lösung? Ganz offensichtlich nicht. Okay. Und jetzt möchte ich euch an dem, der Antwort von dem Ganzen teilhaben lassen, die der Herr dann im Lauf der Zeit mir dann langsam so offenbart hat. Schaut, alles, was geschaffen ist, strebt irgendwie zum Licht hin. Will wachsen, will größer werden, Raum einnehmen, sich entfalten. Will das Leben entfalten. Das ist völlig normal, völlig selbstverständlich hat Gott in alles, was existiert, an lebenden Wesen hineingelegt. Alles will wachsen, alles will Frucht bringen, alles will vorwärts kommen, sich entfalten. Denn wenn das nicht mehr der Fall ist, das ist dann der Tod, das ist dann das absolute Ende der Entfaltungsmöglichkeiten und des Wachstums, fertig. Dann war es, das ist dann der Tod, das ist dann der Tod, das ist dann der Tod, das ist der absolute Endpunkt davon. Und genau das bringt uns auf die richtige Spur. Also, stellen wir uns mal vor, hier bei 0, das bedeutet 0% Möglichkeiten, irgendwie was zu bewegen, sich selbst zu entfalten, vorwärts zu kommen und so weiter. Und dann haben wir hier so ein Spektrum bis 100%, wo du sagst, okay, 100%, da kannst du dir alles und jeden Wunsch, den du überhaupt noch hast und vorstellen kannst, erfüllen. Also völlige Erfüllung in jedem Lebensbereich. 100% und keine Möglichkeiten, irgendwas selbst zu gestalten, wäre dann 0%. Also, Erfolg, Gesundheit, Wohlstand und so weiter wäre dann Richtung 100% und alles, was eben weniger ist, das geht dann Richtung Null. Der Nullpunkt ist der Punkt, wo wir, wenn wir denn geboren werden, ins Leben hineinsteigen. Weil, das Baby hat noch relativ wenige Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten, wenn er es allein lässt, stirbt es. Ja, das Baby muss betreut werden. Also, am 0%-Punkt beginnt unser Leben. Da startet es. So, und dann wächst der Mensch heran, entwickelt sich, ja, Kindergarten, Schule, alles Mögliche und irgendwie versucht er vorwärts zu kommen, im Leben vorwärts zu kommen, sich vorwärts zu bewegen. Ja, dein Leben zu gestalten, immer mehr. Erst natürlich noch mit den Eltern, dann, was weiß ich, Weiterentwicklung als Teenager und so weiter, um irgendwann einmal im Beruf oder sonst was mit Ehe und Kindern und Erfüllung irgendwie, ja, zu einer schönen Selbsterfüllung im Leben zu kommen. So, also hier bei dem Bereich 0, das sind dann eben Säuglinge und dann geht das Leben so weiter und dann kommen Kinder. Ja, es gibt Menschen, die sind behindert, geistig behindert oder sowas. Die sind dann auch relativ wenig in Möglichkeiten, wo sie ihr Leben gestalten können. Ne, mit Down-Syndrom und so weiter. Dann gibt es Menschen, die sind arm. Die haben auch wenig Möglichkeiten, ihr Leben zu gestalten. Dann gibt es den großen Block der, sagen wir mal, ganz normalen Menschen. Ja, wie du und ich, die irgendwie so durchs Leben gehen und versuchen, es eben so zu managen. Ja, und dann gibt es Leute, je mehr du hier vorwärtskommst, da wird es immer dünner, die wirkliche Möglichkeiten haben, ihr Leben zu gestalten. Da sind dann die Reichen und die Superreichen und irgendwelche Weltführer und Spitzenpolitiker und, was weiß ich, Diktatoren, Konzernchefs und so weiter. Superstars, die sich dann eher so hier bewegen. Das ist da, wo die Forbes-Liste und so weiter dann. Das ist also ein Spektrum zwischen absoluter Ohnmacht, null Prozent, und eben absoluter irdischer Macht, hundert Prozent. Ansehen, Einfluss, Position, ja, Erfolg ist hier. Der normalsterbliche Deutsche kommt natürlich nicht bis 100 Prozent, sondern irgendwo, weiß nicht, 60, 70, 80 Prozent, wenn es gut läuft, irgendwie an Möglichkeiten. Aber es gibt so viele Sachzwänge, die uns dann irgendwie auch natürlich in gewissen Bereichen einfach gefangen halten. Ja, und hier unten völliges Ausgeliefertsein und Ohnmacht. Jeder von uns, wie wir hier sitzen, befindet sich irgendwo auf dieser Skala. Vielleicht kannst du selber überlegen, wo würde ich mich denn ansiedeln zwischen quasi keinerlei Möglichkeiten und völliger Möglichkeit, mein Leben selbst zu managen. Wo befinde ich mich jetzt so, wenn wir im Leben so vorwärts gehen und es geht in diese Richtung, ha ha, halleluja, dann freuen wir uns. Es geht aufwärts, es geht vorwärts, es geht in die richtige Richtung. Wir nehmen zu, wir wachsen, perfekt, grandios, wir sind happy, wir sprechen von Gebetserhöhung, jawohl, der Herr erhört unser Gebet, es geht vorwärts. Wir preisen ihn. Und wir sprechen von Gnade und von Segen und von Führung, weil das ist das, wie wir es uns vorstellen. Übrigens, auch in vielen Gemeinden ist das genau das. Die ganzen Programme sind genau in diese Richtung ausgerichtet. Ja, noch besser werden, noch irgendwie mit irgendwelchen Methoden die Leute erreichen und ach, irgendwie muss da doch noch was gehen. Das Problem ist, das hier von 0 nach 100 ist das System der Welt. Das ist das System, wo alles drin ist. Wo jeder irgendwie danach strebt. Wo wir alle hineingeboren sind und uns völlig normal drin bewegen. Wenn es jetzt also, aus welchen Gründen auch immer, rückwärts geht, beispielsweise auf einmal kommst du in Rente oder irgendwas hat nicht geklappt oder Beziehungen gehen kaputt, irgendwelche Schwierigkeiten, Arbeitslosigkeit oder sonst was. Wenn wir kommen irgendwie in diese Richtung, Richtung 0, dann ist das die absolute Katastrophe. Das ist ja furchtbar. Wir schimpfen mit dem Herrn, wir hadern mit dem Herrn, wir geiern ihn an. Dann, wie kannst du mir das antun? Wie kannst du mir das antun, dass ich hier in diese Richtung mich quasi runter bewege, dass es mir schlechter geht? Warum lässt Gott das zu? Die meisten Leute fragen sich nicht, warum Gott es zulässt, wenn du in die Richtung gehst. Aber wenn du in die Richtung gehst, dann fragen sie schon. Unerfüllte Hoffnung, Schmerz. Und viele, viele Christen hadern dann wirklich mit dem Herrn. Bisschen, dass sie das vor die Füße schmeißen, sagen, so einen Gott brauche ich nicht. Das ist eine große Gefahr. Das ist für uns die Richtung Krise. Und das ist die Richtung Erfolg. Aber wie gesagt, das gilt nur für das irdische Leben. Denn viele verstehen die Führung Gottes in ihrem Leben nicht. Und sie verstehen nicht, wie das Prinzip des Reiches Gottes funktioniert. Denn in all diesem tollen Ding, ja wo ist nicht das Reich Gottes? Kommt das dann irgendwie hier, hier hin? Nee, leider nicht. Das Reich Gottes ist genau diametral entgegengesetzt zu dieser Veranstaltung. Es ist kein Reich dieser Welt. Es ist anders. Das hier ist die gefallene Schöpfung. Und Gottes Reich ist völlig anders. Wie denn? Was passiert, wenn ein Mensch sich bekehrt? Er wird neu geboren. Was heißt denn, dass er neu geboren ist? Er muss vorher sterben. Die Bibel spricht darüber, dass, eine neue Kreatur zu werden, wir in den Tod müssen. Wir müssen, und der alter Mensch muss sterben. Das ist auch das Bild von der Taufe. Die Taufe ist ein Bild dafür, dass du abgesoffen bist, gestorben bist und als neuer Mensch wieder auftauchst. Ja, es ist ein Zeichen dafür, dass du gestorben bist. Das symbolisiert die Taufe. Und zwar müssen wir sterben, wenn wir Christen werden wollen. Wir müssen in das neue Leben, was Jesus für uns hat, hineingeboren werden. Eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden. Das heißt, die eigentliche Schwelle in das Reich Gottes hinein ist hier. Am Nullpunkt. Am Punkt der Geburt oder des Todes. Wenn das das Reich der Welt ist, dann könnt ihr euch das Reich Gottes genau hier hinein vorstellen. Das ist diametral entgegengesetzt. Wenn es hier in der Welt in diese Richtung, sagen wir mal, Macht, Erfolg und Wohlstand gibt, so ist das Reich Gottes genau entgegengesetzt. Geistliches Wachstum funktioniert in die genau entgegengesetzte Richtung. Vom Nullpunkt ab. Ei, ei, ei. Das heißt, wenn wir hier uns befinden, wir müssen diese Schwelle überschreiten, um im Reich Gottes aktiv werden zu können. Viele, viele, viele Leute versuchen irgendwie hier Reich Gottes zu bauen und sich zu verbessern und irgendwas noch doller und noch schöner und mit noch mehr weltlichen Mitteln irgendwie auf die Beine zu bringen und kapiere nicht, dass das völlig in die falsche Richtung geht. In diese Richtung kannst du Reich Gottes nicht bauen. Im Gegenteil. Je mehr du dich in die Richtung bewegst, vom Nullpunkt ab, desto blöder wird es. Das ist das Reich der Welt. Das ist das System der Welt. So, hier am Nullpunkt, wenn du Christ geworden bist, ist jeder über diesen Nullpunkt hindurchgeschritten, wo er sein Leben dem Herrn gegeben hat, wo er es ihm anvertraut hat, das heißt, ich gebe dir mein Leben, wo das Ego gestorben ist, das Fleisch gestorben ist und wo du sagst, okay, eine neue Kreatur in Christus. So, dann bist du auf dieser Seite geboren, im Geist. Und jetzt kannst du vorwärts gehen und dich hier hinein entwickeln in das, was der Herr hat. Viele, viele, viele geistliche Leiter haben genau diesen Punkt erlebt. Sie haben irgendwann in ihrem Leben versucht, vorwärts zu gehen, Reich Gottes zu bauen und dann merkten sie, sie mussten irgendwann an einen Punkt kommen, wo es nicht mehr weiterging. Ein ganz prominentes Beispiel ist Catherine Kuhlmann. Da lief so viel schief und irgendwann war sie völlig verzweifelt und sie schreibt dann so, dass sie irgendwie durch eine Stadt geirrt ist, eine Straße rein und auf einmal stand sie vor einer Mauer. Das war eine Sackgasse und die war zugemauert. Und das wurde ihr zum Bild. Und an dem Punkt ist sie dann quasi zusammengebrochen und hat wirklich akzeptiert, dass ihre Möglichkeiten am Ende sind. Dass es fertig ist, dass es nicht mehr weitergeht. Sie schrieb davon, das war der Tag, an dem ich gestorben bin. Und genau das war es. Nachdem, nachdem sie dieses Ereignis hatte, nachdem sie diesen Schritt genommen hat, dann begann ihr Dienst im Übernatürlichen. Dann begann Zeichen, Heilung und Wunder und gewaltige Kraft der Weise, weil sie in dieser Richtung auf einmal losgegangen ist. Eben nicht mehr im System der Welt. Und wir müssen verstehen, dass der Tod hier für uns im Grunde genommen nur eine Tür ist in das hinein, was Gott für uns hat. Als Menschen müssen wir sterben, um neu geboren zu werden. Der Tod ist für uns eine Neugeburt. Und deshalb hat der Tod auch seinen Stachel und seine Angst für die Christen verloren. Weil wir wissen, wenn wir hier hineinsteppen, dann geht es erst richtig los. Das Reich Gottes funktioniert eben genau anders als das System der Welt. Ja, heißt also beispielsweise, wenn wir jetzt hier irgendwo schön mittendrin sind, bei unseren 50, 60 Prozent und uns jetzt in diese Richtung langsam bewegen, wenn wir aufgeben, wenn wir kapitulieren, wenn wir schwach werden und so weiter, dann sind wir aus Gottes Sicht auf dem besten Weg. Nämlich in das hinein, was er für uns hat. Okay. Und jetzt wollen wir uns die Bibelstellen, die ich euch vorgetragen habe, nochmal anschauen. Unter genau diesem Bewusstsein. Da habe ich gesagt, es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Wo ist ein Reicher? Irgendwo hier. Ziemlich nah bei 100, weil er ja reich ist. Okay. Es ist für den schwieriger, dass er da reinkommt, einfach weil er schon relativ weit hier angesiedelt ist, weil er irdischen Reichtum hat. Macht Sinn. Oder wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Ja, wieso denn? Ja, weil eben Kinder hier sind. Die Position hier, wo du eben wenig Möglichkeiten hast, dein Leben selbst zu gestalten, ist eben Kinder. Kinder sind nicht da vorne, die sind hier. Wenn du also dich in deinem Leben befindest, um ins Reich Gottes zu kommen, musst du wie ein Kind werden. Du musst da durch. Durch diese Phase. Auch logisch. Aha. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder. Das ist ja noch dicker. Wenn ihr nicht umkehrt. Genau. Wenn wir nämlich auf diesem Weg sind, da können wir lange latschen Richtung unsere 100%. Wir müssen umkehren und werden wie die Kinder. Denn sonst werdet ihr keinesfalls in das Reich des Himmels hineinkommen. Solange der in die Richtung latscht, kommst du da nicht hin. Du musst umkehren, um ins Reich des Himmels hineinzukommen. Oder wenn er sagt, wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Wer unter euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Das ist genau der Punkt. Groß heißt in der Richtung, hier irgendwo. Der Erste, der ist ganz weit bei 100. sagt, nee, aus biblischer Sicht, aus der Sicht Gottes, bist du, wenn du da stehst, also ganz am falschen Ende. Ja, wenn du der Erste sein willst, dann musst du dich hier als Sklave, als Diener, hier in dem Bereich, da ist es vielleicht, darüber zu stecken. Oder eben, glückselig die Armen im Geist. Denn ihrer ist das Reich des Himmels. Armen im Geist. Das ist das, was hier ist, Richtung Null. Okay. Wenn jemand mir nachkommen will, also Jesus nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nämlich in diesem System, und folge mir nach, in diese Richtung. Denn wer sein Leben retten will, nämlich hier, im System dieser Welt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, sprich, an den Nullpunkt kommt, um meinetwillen, und um des Evangeliumswillen, der wird es retten. Der kommt in das ewige, wahre, echte, geistliche Leben hinein. Oder wie Jesus gesagt hat, wer sein Leben liebt, damit meint er, das Leben, im Natürlichen. Wer das System liebt, der wird sein Leben verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt, hier steht sogar, in dieser Welt, hasst, also wörtlich steht da, im jüdischen Zusammenhang ist das nicht ganz korrekt übersetzt, was da eigentlich steht, heißt, weniger liebt. Also unersetzt. Unersetzt. Also es hat nichts mit hassen, wie wir das verstehen, jetzt in erster Linie zu tun, sondern es heißt, nicht so lieben, nicht so dahinterher sein. Beispielsweise heißt es im Alten Testament, dass Jakob Lea gehasst hat. Das stimmt nicht. Das ist nicht korrekt. Also sie war nur weniger geliebt, als Rahel. So ist die eigentliche Wortbedeutung. Das ist im Deutschen leider etwas uncool übersetzt. Aber du musst dein Leben in diesem System hier also eindeutig weniger lieben, als das, was der Herr für dich hat. Weil sonst drohst du es zu verlieren. Was aber hier sehr schön in dem Vers ist, ist wenn er sagt, wer sein Leben in dieser Welt eben hasst oder weniger liebt. Das heißt eben, in dieser Welt. In dieser Welt. Das heißt, wenn es hier diese Welt gibt, gibt es auch noch eine andere. Und wenn du da hineinkommen willst, dann eben nur durch den Step hinein in dieses ewige, wahre, wirkliche Leben. Oder wenn Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, der Tod. Kreuz ist Tod. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Logisch. Weil er im falschen System ist. Das Reich Gottes ist diametral entgegengesetzt zum Reich der Welt. Nicht kompatibel. Nicht kompatibel. Du kannst nicht Reich Gottes mit den Möglichkeiten und den Systemen und den Tricks und Raffinessen und Programmen dieser Welt bauen. Es geht nicht. Wer sein Leben retten will, nämlich hier, in diesem System wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Und so verstehen wir auch, wenn es dann heißt, so kann und keiner von euch, der nicht allmensch sagt, was er hat, mein Jünger sein. Wir müssen hier hindurch. Wir müssen hier hindurch. das Eigentliche, was der Herr für uns hat. Eine sehr schöne Bibelstelle, die das ganz deutlich macht, ist, die Ersten werden die Letzten sein. Die Letzten werden die Ersten sein. Das heißt, aus der Perspektive Gottes betrachtet, sind diejenigen, die da vorne bei 100% oder 90% die Ersten sind in diesem weltlichen System. Das sind hier die Allerletzten. Die sind ganz weit. Aber die Letzten in diesem System, hier die, die sind kurz dabei durchzubrechen. Das bedeutet, dass, wenn wir Christ werden wollen, wir wirklich, 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 wirklich unser Leben dem Herrn geben müssen. Das ist von entscheidender Bedeutung. Und das beinhaltet einen Haufen. Das beinhaltet, dass du dein Leben wirklich abgibst. Und da ist natürlich, möchte ich mal wirklich sagen, die klassische Art des Bekehrungsaufrufes nicht unbedingt sonderlich hilfreich. Oft, ja, weil die eigentlichen Kosten eines Lebens in der Nachfolge oft ein bisschen unter den Teppich gekehrt werden. Und hinterher gibt es dann das irritierte Erwachen, wenn die Leute feststellen, sie wollen jetzt hier weiter vorwärts gehen und irgendwie funktioniert es nicht. Und sie, im Grunde genommen, entfernen sich immer mehr vom Herrn. Und daher versucht sie, in die richtige Richtung zu bringen und sie verstehen es nicht, weil sie nicht geschult sind. Wir müssen verstehen, das Reich Gottes funktioniert nicht wie das Reich der Welt. Keine Übereinstimmung. Jesus sagt, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Als Menschen seid ihr noch in dem Ding drin. Ja, natürlich, selbstverständlich. Aber als wiedergeborene Christen spielt ihr nicht in diesem System. Und deshalb braucht ihr euch auch nicht die Sorgen zu machen, die sich die Menschen in der Welt machen. und sagt, hey, ich sorge für euch. Denkt doch mal an die Spatzen und an die Lilien und sonst was. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Ihr spielt in einem völlig anderen Stück. Das ist was anderes. Ihr habt damit nichts zu tun. Ihr lebt in einer anderen Dimension, in einer anderen Welt, im Reich Gottes. Und das ist eigentlich die Krux, wo wir wirklich jeder Einzelne schauen muss, wie funktioniert das mit meinem persönlichen Leben? Wie kann ich wirklich immer mehr in diesem Reich Gottes vorwärts kommen? Schau, es gibt Leute, die wollen geistlich wachsen. Ich brauche Kraft im Herrn. Und dann merken sie, irgendwie habe ich den Eindruck, ich werde immer schwächer und irgendwie meine Möglichkeiten werden immer begrenzter. Ja, das ist die Gebetserhöhung des Herrn. Der will dich in die Kraft bringen. Da musst du aber da durch. Wenn du das nicht weißt, dann kannst du die Krise kriegen. Du musst an deinen Nullpunkt kommen. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Das haben die Alten schon kapiert. Man muss hier an einen Punkt kommen, wo das wirklich für dich abgeschlossen ist. Dann kannst du dir im Grunde genommen auch dich nicht mehr über die Sachen dieser Welt ärgern. Ich habe ja gesagt, ich predige mir selbst, ich will mir auch gerade sehr gut zu. Du brauchst auch keine Angst davor zu haben, vor dem, was da läuft. Wenn du im Reich Gottes bist, dann ist das, was in der Welt passiert, ja, etwas, was dich irgendwie tangiert, aber es ist etwas, wo du trotzdem rausgenommen bist. Du lebst in einem völlig anderen Bereich von Schutz, von Versorgen, von Segen, von Kraft. Auf einmal, wenn man das versteht, machen sehr komplexe und sehr komplizierte Bibelstellen nämlich auch Sinn. Beispielsweise im Römerbrief. Taufe. Oder wisst ihr nicht, dass so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Taufe, Bild für Tod. So sind wir nun mit ihm begraben, durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Genau. Durch den Tod kommen wir in ein völlig neues Leben. Das Leben im Geist. Das ist Fleisch, das ist Geist. Denn, wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan ist, damit wir der Sünde nicht mehr dienen. Als Christen im Geist, geistlich gesehen, aus Gottes Perspektive gesehen, ist unser alter Mensch tot, nicht mehr existent. Mit unserer Neugeburt wurden wir eine neue Kreatur. ein Kind Gottes, völlig neues, hat nichts mit dem vorher zu tun. Nur, dummerweise kriegen wir das gar nicht so mit, weil irgendwie ist noch alles so wie vorher, scheinbar. Aber im Geist ist es überhaupt nicht so wie vorher. Wir sind eine völlig neue Kreatur, völlig neue Story. Und da ist der Feind dann dran und versucht uns, ja, mit irgendwelchen Tricks und Schlichen wieder hier rüber zu ziehen. Damit wir, anstatt dass wir hier vorwärts marschieren, in die Kraft und Vollmacht und Power des Herrn hinein, mit irgendwelchen weltschlichen, fleischlichen, weltlichen Mitteln versuchen, irgendwie was auf die Beine zu kriegen. und wundern uns, wenn es dann so zähe Ergebnisse gibt. Ein ganz, ganz klassisches Beispiel ist der Beginn der Pfingstbewegung. Azusa. Azusa war der Startpunkt der Pfingstbewegung in Los Angeles. Azusa war eine Straße, die hieß so, da gab es eine kleine Holzschuppen, den haben sie als Kirche genutzt und da begann die Pfingstbewegung vor weit über 100 Jahren. Und das war etwas, da fiel wirklich das Feuer. Die Feuerwehr ist mehrfach angereist, angekommen, um die Feuersäule zu löschen, die über dem Gebäude stand. Ja, nach Augenzeugen berichten, zwölf Meter hoch. Da gab es Zeichen, Heilung, Wunder, noch und nöcher. Sachen, die wir nie wieder seitdem gehört haben. Von dort aus brach ein Erweckungsfeuer über die ganze Welt aus. Von dem heute mindestens 700 Millionen Menschen entzündet sind, die irgendwie damit zu tun haben. Man sagt, dass mindestens 84 Prozent aller weltweiten evangelistischen, missionarischen Aktionen davon ausgeht. Weil der Herr da seinen Geist ausgegossen hat. Die hatten dreieinhalb Jahre lang 24-7 Gottesdienst. Rund um die Uhr, ohne Pause. Ohne Pause. Die Herrlichkeit des Herrn, die Shekina, war manifest da. Die Leute konnten richtig hineingehen. Wenn man sich damit beschäftigt, es war grandios. Und das war so grandios, dass es sich ausgebreitet hat in der ganzen Welt. innerhalb von kürzester Zeit. Und der Witz ist, der Typ, den Gott sich dazu ausgesucht hat, der war sowas von am allerletzten Ende das war grandiose Nullnummer. Völlig gescheitert. Also der war wirklich, also dem hättest du keine 50 Cent anvertraut. Der war, das war ein Sohn von Sklaven, William Seymour, das war ein schwarzer Mann, der war durch eine Pockenepidemie irgendwie einäugig geworden und war irgendwie da in den Südstaaten Anfang des 20. Jahrhunderts, in das 90. Jahrhunderts so hin und her gespült. Mal hier, mal da. Und dann irgendwann landete er in Houston, Texas und da gab es eine Bibelschule, die hat sich danach ausgestreckt zum Gebet zu empfangen, weil als Schule für Missionare. Weil die haben gesagt, dort gab es Berichte vom Missionsfeld, dass Leute auf einmal in fremden Sprachen sprechen konnten. Dann haben sie gesagt, das ist ja klasse. Wenn dann also jemand, wir strecken uns danach aus und wenn dann irgendjemand, der Missionar werden will, jetzt in irgendeiner Sprache das empfängt, dann wissen wir genau, okay, der braucht nichts mehr lernen und wir wissen auch, wo der Herr ihn hinberuft. Dann kann er sofort anfangen. Hat tatsächlich funktioniert. Hat tatsächlich funktioniert. Die erste Lady, die das Empfangen hat da, ist nach China als Missionarin gegangen und hat da, ich glaube, 40 Jahre lang erfolgreich gedient. Als die im Geist getauft wurde, konnte die drei oder vier Tage lang nichts anderes als Chinesisch sprechen und schreiben. Also nichts mehr fähig, konnte kein Wort Englisch sprechen. Es war wirklich grandios. Und der Typ hat sich danach ausgestreckt, wollte das haben. Jetzt gab es nur ein Problem. Der Ärmste war ja ein Schwarzer und da gab es die Rassentrennung damals. Das war ja vor weit über 100 Jahren. Der konnte gar nicht, das war in der Weißen Bibelschule. Da hat der Bibelschullehrer gesagt, warte mal auf Junge, setz dich draußen vor die Tür, wir stellen dir einen Stuhl hin und lassen die Tür auf. Das war hier, das war super entgegenkommen von dem Typ. Der hat Kopf und Kragen damit riskiert. Aber so hat er diesen, William Seymour konnte quasi als Gasthörer sich das anhören. Und da, ja und dann, nach ein paar Jahren wurde er als Pastor berufen. Da gab es eine ganz klitzekleine Heiligungskirche, auch von Schwarzen, in Los Angeles und aus welchen Gründen auch immer, die haben ihn berufen als Pastor. Jetzt hat er seine letzten paar Kröten zusammengekratzt und sich ein Zugticket gekauft, Fahrt ins Ungewisse, war damals eine Weltreise und kannte da im Grunde genommen niemand und nichts und gar nichts. Ja und wie gesagt, völlig mittellos und alles ist da eben hin und dann hat er dort seine erste Predigt in dieser klitzekleinen Gemeinde gehalten und als er zu seiner zweiten Predigt kommen wollte, da hatten sie ihm die Tür vor der Nase zugeschlossen und gesagt, nee danke, als Pastor wollen wir dich dann doch nicht. Das passt uns nicht, wie du predigst. Donk. Jetzt hatte der gar nichts. Der hatte seinen vom Herrn so wunderbar gepriesenen Job, den er da bekommen hat als Pastor, jetzt hat er sich in Luft aufgelöst, der war vollkommen am Ende. In der Stadt, wo er keinen kannte, völlig am Ende. Dann gab es einen netten Menschen, der hat ihn aufgenommen, hat gesagt, naja, also bevor der da auf der Straße anfängt zu betteln, ist ja immer ein Pastor, also komm mal her und jetzt, der hatte irgendwie, weiß nicht, war Rentner oder was, der hatte jedenfalls Zeit und dann haben die beiden einfach angefangen zu beten. Die beteten, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen, dann fiel das Feuer. Dann kamen die Leute dazu, noch mehr, noch mehr, noch mehr, irgendwann musste er sich auf der Veranda hinstellen und predigen, weil die Leute die ganze Straße verstopft haben und haben gesagt, hier Leute, besucht euch mal einen anderen Platz und dann haben sie diese Hütte da gekauft, Azusa Street und da brach das Ding aus und der Herr hat diesen völlig unscheinbaren Menschen gebraucht, um eigentlich die größte geistliche Bewegung überhaupt seit der Apostelgeschichte in Gang zu setzen und unzählige Dienste basieren letztlich darauf. Der Typ, der ist sowieso nicht weit gekommen, ja, hier auf der Skala, der ein Rückschlag nach dem anderen, als Sohn von Sklaven und dann noch entstellt, ja, und dann noch ein Schwarzer in den Südstaaten und, und und dann einen Job verloren. Der war wirklich hier. Dann hat er ja gesagt, hey, den kann ich genau gebrauchen für das, was ich gewaltiges tun will. Und es ist erstaunlich, was für Heilungen, Zeichen und Wunder da waren. Beispielsweise eine Sache, die hat mich sehr beeindruckt, das war ein Bahnarbeiter, also einer, der beim Bau von Eisenbahnen gebaut hat, äh, mitgeholfen hat, gearbeitet hat, der hatte bei einem Unfall, einem Arbeitsunfall, seinen kompletten Arm verloren. Der war richtig hier am Stumpf rausgerissen. Und, ja, dann haben sie für den gebetet, der kam. Und vor den Augen aller Anwesenden ist der gesamte Arm nachgewachsen, komplett rausgewachsen, bis hin zu den Fingernägeln. 100 Prozent gebrauchstüchtig. Solche Art von Wunder hatten die da, kreative Wunder. Und das war kein Einzelfall, weil die Gegenwart des Herrn so massiv war. Und wenn wir sagen, oh, Herr, ich möchte, dass du mich mächtig gebrauchst, ich möchte von dir eingesetzt werden, ich will Zeichen und Wunder sehen, sagt der Herr, prima, bin ich voll dafür, ab nach da. Und wenn wir nicht gelehrt sind, kriegen wir die Krise, weil wir sagen, äh, Moment mal, Moment mal, hier geht es in die völlig falsche Richtung. Aber es ist die richtige Richtung aus der Sicht des Herrn. Und es ist wirklich so, wenn du vom Herrn gebraucht werden möchtest, dann musst du hierher kommen. Und deshalb sagt auch die Bibel, nicht viele Mächtige, nicht viele Reiche, nicht viele Angesehene sind erwählt. Was unwert ist in den Augen der Welt, das ist erwählt. Ihr alle kennt die berühmte Bibelstelle im Philippabrief, wo Paulus sagt, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi meines Herrn Willen. Um das Willen, ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Seine Ausdrucksweise ist hier noch ein bisschen eingeschönt, die ist eigentlich deutlicher. Paulus war ein schlaues Kerlchen. Der war bei Top-Leuten seiner Zeit geschult worden. Der war wirklich auch in eine gewisse Position von Macht gekommen, denn er hat die Verfolgung damals angeleitet, denn es heißt, nachdem er sich bekehrt hatte, er als treibende Kraft hatte die ganze Gemeinde Frieden. Das heißt also, der war weggenommen und die Verfolgung brach weg. Also er war eine treibende Kraft. Der hatte also gewisse Autoritäten, Vollmacht gekommen. Der war relativ gut hier hingekommen. Und dann hat der Herr ihn hier an dieser Stelle zurückgepfiffen. Eine Begegnung von vielleicht 30 Sekunden hat ausgereicht, um den vollkommen zurückzubringen. Und er ging durch diese Phase von Blindheit auch und diese Bekehrungserlebnis. Ja, hinein in das Reich Gottes. Und als er hier war, sagt er, hey, das ist alles nur Dreck. Ich habe das für toll gehalten. Ich habe das für Gewinn gehalten. Aber jetzt, aus der Perspektive des Reiches Gottes, kapiere ich, das ist ja alles völliger Tinnif. Das ist gar nichts. Und das ist wirklich der Punkt. Wir sind so in unserem Weltsystem da drin, irgendwie Karriere zu machen und irgendwie vorwärts zu kommen und irgendwie was zu stemmen und zu reißen. Wir sind so in diesem Ding gefangen. Wir sagen immer, hoch, warum tut der Herr in Südamerika und in Afrika so große Wunder und Zeichen? Ja, ganz einfach. Weil die alle ein Tucken weiter hier sind. Die sind eben nicht so saturiert mit Wohlstand und mit allen möglichen Dingen. Denen geht allen einen Zacken schlechter. Aber dadurch sind sie quasi prädestiniert, hier näher heranzutreten. Oder in Timotheus schreibt Paulus, die reich werden wollen, also da Richtung 100, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Du aber, Mensch Gottes, du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, reich werden zu wollen, hier irgendwie was stemmen zu können. Fliehe es! Strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Und kurz darauf schreibt Paulus, das Wort ist gewiss, wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Und das eigentlich Schönste bei der ganzen Sache ist, hier haben wir 0 bis 100 Prozent. Das ist hier ein endlicher Bereich. Das Reich Gottes hat kein Ende. Da gibt es keine Begrenzung. Es gibt im Reich Gottes keine 100 Prozent, die du erreichen kannst. Es gibt immer mehr. oder mal mit den Worten eines uns freundschaftlich verbundenen Dienstes gesagt, Gott hat mehr für dich. Es ist vollkommen wurscht, wie weit du gekommen bist. Es gibt immer mehr für dich, immer mehr für dich, immer mehr für dich. Gott hat immer mehr für dich. Gott hat auch für einen Reinhard Bronke mehr. Es gibt immer mehr, was Gott für dich hat, wenn du unterwegs bist, in die Richtung mit dem Herrn. Und ich glaube, dass diese Botschaft wirklich in dieser bedrängenden Zeit, in der wir gerade leben, wo hier in diesem Elendsystem wirklich, man den Eindruck hat, das ist kurz vorm Zusammenbrechen. Du sagst, da ist so viel Verwirrung, so viel Konfusion, so viel Durcheinander. Keine Sicherheit mehr in dem Ganzen. Da musst du dir bewusst sein, ja, aber meine Sicherheit finde ich gar nicht da drin. Meine Sicherheit finde ich hier. Meine Sicherheit ist in Christus, ist im Reich Gottes. Als Christ bin ich hier. Hier ist meine Versorgung. Hier ist meine Sicherheit. Hier ist all das, was ich brauche. Ich empfange es vom Herrn. Und deshalb brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Deshalb brauche ich mich nicht verrückt zu machen. Deshalb brauche ich mich nicht manipulieren zu lassen vom System der Welt. Sondern ich kann in einer ganz anderen Weise leben. Und in den vor uns liegenden Jahren werden wir die wir hier uns in dem Bereich befinden. Wirklich. Ich bin mir absolut sicher. Für zahllose Menschen genau der Haltepunkt und der Anker sein. Wo die sagen, ich verstehe nicht was. Es bricht quasi alles zusammen. Aber du bist irgendwie anders. Du hast eine Sicherheit, eine Stabilität, eine Freude, die eben nicht von dieser Welt kommt. Was hast du? Wo du dann als Zeugnis wirklich sagst, ja, ich bin im Reich Gottes. Ich bin in einer völlig anderen Dimension. Und ich glaube, wenn wir uns ausstrecken nach mehr vom Herrn, mehr Kraft, mehr Vollmacht, mehr Power, dass wir da richtig reingehen können. Aber aus der Sicht der Welt wirst du immer spinnterter. Immer weniger akzeptabel. Immer mehr Fundamentalist und radikal. Immer mehr abzulehnen. Vielleicht sogar immer mehr zu verfolgen. So what? Es ist egal. Hier ist der Punkt des Todes beziehungsweise der neuen Geburt. Wenn du Christ bist, bist du gestorben. Was wollen die dir tun? Tod hat seinen Stachel verloren. Das, wo die Leute die Panik haben, kann dich überhaupt nicht mehr erwischen, weil du in Christus bist. Und das ist etwas, wo wir uns einfach ein Verständnis dafür haben müssen, für die vor uns liegenden Jahre. Wenn Schwierigkeiten, Probleme, Umstörze, Erschütterungen kommen und die kommen, dann müssen wir wissen, wir befinden uns in einem anderen System und unsere Aufgabe ist, so viele Menschen wie möglich einzuladen, in das Reich Gottes zu kommen. In das Reich Gottes zu kommen. Schaut, im Alten Testament gibt es die berühmte Geschichte von Nebukadnezar, der diesen Traum hatte mit diesem verrückten Standbild. Dieses monströse Standbild, wo Daniel es ihm dann ausgelegt hatte. Und wenn man sich das genau anschaut, ist das sehr interessant. Es heißt nämlich, dass dieses Standbild, was für das Weltsystem steht, für ein Jahrtausendealtes, monströses Weltsystem, nämlich das, ist das, dass dieses Standbild getroffen wird von einem Felsblock, der den Berg herunter kommt, wie so ein Steinschlag. Und er trifft dieses Standbild und das Standbild fällt um. Und dann heißt es, und es wird zermalmt, und es bleibt nichts davon übrig, wie vom Wind weggeweht. Nichts bleibt übrig. Der Felsen aber wird zu einem Berg, der die ganze Erde erfüllt. Und das ist das Reich Gottes. Der Felsen ist Christus. Durch seinen Tod hat er hier, ich sag mal, dieses Portal geöffnet, diese Möglichkeit gegeben. Durch ihn und seinen Tod, durch sein vollkommenes Opfer können wir in das Reich Gottes hineinkommen, was vorher unmöglich war. Wir können nur durch Christus gerettet werden. Du kannst sonst was machen, du kommst hier nicht hin. Außer indem du das, was er für dich vollbracht hat, annimmst. Für dich persönlich nimmst. Gerettet wirst. So. Und dieses System, dieses Felsensystem, zermalmt das ganze Erdsystem, hier das ganze Weltsystem, irgendwann ist es weg. Lässt die Offenbarung, irgendwann ist es weg. Irgendwann wird das Reich Gottes, wie auch immer, die ganze Erde erfüllen. Spätestens im tausendjährigen Reich, wie auch immer das aussehen mag, wenn man das kommen mag und sonst was. Da gibt es ja x verschiedene Vorstellungen. Aber auf jeden Fall wird dieses Ding kaputt gehen. Und es geht kaputt, weil das Reich Gottes aktiv ist. Das Wachsen des Reiches Gottes, das Voranschreiten des Reiches Gottes ist eigentlich die größte Bedrohung für das Reich der Welt. Licht vertreibt die Finsternis. Irgendwann ist das Licht so ausgegossen, dass die Finsternis weg ist. Die Herrlichkeit des Herrn bedeckt die Erde wie Wasser das Meer bedeckt. Das heißt, da bleibt nichts mehr von übrig, von diesem Weltsystem. Das Reich Gottes hat in sich die DNA, das Weltsystem völlig zu vernichten. Das Endziel ist, das Reich Gottes, die Herrlichkeit des Herrn, erfüllt die ganze Erde. Und wir sind aus diesem Felsen gehauen, der Christus ist. Aus diesem Felsen, der Christus ist. Das ist unsere DNA. So. Das wollen wir heute derbe kosten, mal echtes Schwarzbrot. So. Also, jeder von uns muss ein Verständnis dafür haben, wie das Reich Gottes funktioniert. Diametral entgegengesetzt, zur Welt nicht kompatibel. Solange wir in die Richtung marschieren, okay, aber solange wir uns aufmachen und sagen, Herr, ich will wirklich hineingehen in das, was du für mich hast, werden wir durch manche Hindernisse hindurch hier hineinkommen, aber dann geht's ab. Und das ist das, was der Herr für uns verheißen hat, als Nation, als Christenheit in Deutschland. Gewaltige Wellen von Erweckung, von Herrlichkeit, von Heilung, von Segen, von sonst was, das passiert hier. Und wie Sigrid am Eingang gesagt hat, das ist ja hochinteressant, diese Bibelstelle in Jesaja, Dunkelheit bedeckt die Völker, aber über dir strahlt das Licht auf, parallel, gleichzeitig, da ist die Dunkelheit, hier ist das Licht, da sind Kriege, Chaos, Erschütterung, alles mögliche, Katastrophen, aber im Reich Gottes ist völlig andere Regeln und Gesetzmäßigkeiten. Wir brauchen uns nicht verrückt zu machen. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wir brauchen uns nicht mal zu ärgern, auch nicht über die GEZ. Es ist da. Wir gehören zum Reich Gottes. Und wir wollen jetzt für euch beten, wenn ihr möchtet, einfach genau dafür, für diese Kühnheit, für diese Entschlossenheit, für dieses Hineingehen in die Fülle dessen, was der Herr für jeden von uns hat. Wir leben in super spannenden Zeiten, in super herausfordernden Zeiten. Und wenn du gesagt hast, ich gehöre hierher, ins Reich Gottes, dann wirst du in den nächsten Jahren echt spannende Zeiten erleben. Ich sage nicht, dass es leicht wird. Normalerweise die Richtung ist das, was wir als Krise bezeichnen. Aber im Reich Gottes kannst du vorwärts gehen in Power und Autorität, von der du jetzt noch keine Ahnung hast. Und wer weiß, vielleicht wird der Herr auch auf dein Gebet hin kreative Wunder tun, Augen, Ohren, sonst was werden entstehen, Organe nachwachsen. Warum nicht? Warum nicht? Ich habe von einem, fällt mir gerade ein, nur ein Zeugnis gehört, hat einfach nur ein Gebet gesprochen in der Gemeinde. Das war eine Frau, die hatte eine Totaloperation. Der hat ein kreatives Wunder getan. Hat alles wiederhergestellt und hat ein gesundes Baby gekriegt. Boah! Das ist mal was. Hier in unseren Zeiten, das ist nicht zu schwer für den Herrn. Er braucht nur Leute, die das nehmen und die dafür ein stehen, die zur Verfügung stehen. Und das sind wir, wenn wir Christen sind. Wir sagen, Herr, gebrauche mich, baue dein Reich durch mich. Wie im Himmel, so soll es auch in dem Bereich sein, auf Erden, wo ich eingesetzt bin. Ich bin nicht von der Welt, auch wenn ich noch die paar Jährchen da lebe, bis ich irgendwann endgültig durch diesen Nullpunkt echt in die Herrlichkeit des Herrn eingehe. Nichts weiter als ein Portal, was du durchschreitest. Dann endgültig in die Herrlichkeit und die Genialität des Himmels. Halleluja. Bis zum nächsten Mal.